Gut, wir fahren los, schön da noch! Ja, schön, dann sind wir das selbe. Die selbe Call ist raus. So, wir haben zehnmal gesagt, ich hab zehnmal gesagt, dass wir zu zweit sind. Mal gucken, wie viele Fahrzeuge da gefahren. Ne, wir fahren Gravier da, das ist schön. So, ein Hunter, ein Quillen, sind wir schon mal drei Fahrzeuge, ne? Oh, die ist noch ne Sporty. Oh, ich muss so pissen, ne? Okay, nur ein Quillen, okay. Dann haben wir schon mal die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben. Wollen wir die anderen Jungs dazugeben? Ist schon mal nicht mehr gegeben, die Verhältnismäßigkeit. Haben sie gut gemacht. Ghost Dog, Hunter, Forty und drei Quillen. Das ist doch... Was sollen das denn? Das können wir ein Land, die wir draußen haben. Ist so freundlich. Der Hunter kann nicht smoken, ne? Nö. Sagt, ob ein Maßnahmen gecallt wurde. Ey, kann uns jemand mitnehmen hier? Orkermann? Hier ein paar Meninjungen? Feiermann? Wir haben hier Kopfhörer gerettet. BITTE FRESSE EIN! Nimm Kupcher, DANKE SCHÖN! WOHIN? Und so irgendeine Verhältnismäßigkeit gar nicht mehr gegeben. WOHIN? Bei mir fällt noch ne Kopf Sporty. Also sechs wahrscheinlich. Alter, yo! Rammt er mich weg, Digga! Was soll das denn? Digga, der positioniert sich, Dickkopf. Digga, was ist das denn, Digga? Schon wieder weg, Ramm oder was? Spätzone, warum? Ist Maßnahmen raus? Digga, das ist so gottlos. Ohne Witz. Also, ist Maßnahmen raus? Ja, aber was soll die Scheiße, Mann? Digga, was soll die Scheiße? Du rammst mich Combat weg, Digga. Aber, schieß mal nicht. Okay, ich mach's gut. Digga, ich weiß nicht, was euer Problem ist. Ups. Ach, du... Ja, Mann.